Musik Herzlich Willkommen bei diesem Video von TCH Support. Ich würde gerne in diesem Video zeigen, wie ich aus so einem Hintergrundbild so ein sehr schönes, fast perfekt freigestelltes Bild sehe, inklusive kleinster Feinheiten, wie zum Beispiel hier die Härchen. Okay, legen wir los. Der erste Schritt ist natürlich, dass ich mein Bild, was ich immer grundsätzlich vor jeder Bildbearbeitung empfehle, im Ordner, im lokalen Kopier. Dazu wechsel ich in den Bilderordner, drücke auf mein Bild, dann STRG-C bzw. Apfel-C und dann STRG-V bzw. Apfel-V. Nun öffne ich mein Bild als Originalbild. Und jetzt sehe ich hier das Bild, wie es anfangs dargestellt ist, noch nicht vom Hintergrund freigestellt, etc. Und bevor ich loslege, machen wir einen kleinen Trick. In diesem Video, wo ich jetzt zeigen möchte, wie man Haare freistellt, würde ich gerne nicht wie in allen üblichen Methoden das mit den RGB-Kanälen machen, wie wir hier sehen, Rot-Grün-Blau, sondern ich lasse das Bild jetzt in ein CMYK-Bild umrechnen. Und das mache ich in Adobe Photoshop folgendermaßen. Also der erste Schritt besteht darin, dass wir auf Bild-Modus klicken und dann den Haken auf CMYK-Farbe setzen. Wir erhalten hier diese Meldung. Sie sind im Begriff, eine Konvertierung in CMYK mit dem Profil durchblablabla durchzuführen. Und dann mache ich auf OK. Das Bild lässt entweder etwas leicht verändert, aber meistens unverändert vor. Was aber verändert ist, sind die Kanäle. Und jetzt haben wir nicht mehr Rot-Grün-Blau, sondern Türen, Magenta, Gelb und Schwarz. Der nächste Schritt ist, dass wir den besten Kontrast raussuchen. Also, dass der Vordergrund, die Person, schwarz ist und der Hintergrund weiß. Also, so gut wie möglich. Dazu schaue ich mir die Kanäle am besten einmal an. OK. Der Schwarzkanal zum Beispiel, ich lasse einfach mal alle ausblenden. Jetzt habe ich hier den Gelbkanal. Hm, der ist es nicht wirklich. Was sagt denn der Schwarzkanal? Der Schwarzkanal gibt ein grauenhaftes Bild vor. Ich sehe nicht mehr die Konturen. Hier teilweise. Der Zyrenkanal. Naja. Und der Magenta-Kanal. Ah, hier habe ich mein perfektes Bild. Das ist sehr schön freigestellt. Der Hintergrund ist so gut ist sehr dunkel. Der Hintergrund ist sehr hell. Der Vordergrund dagegen ziemlich dunkel. So wie wir es haben möchten. Und jetzt besteht der Darschritt, dass wir da den Kontrast etwas erhöhen. Also, dass der Hintergrund noch heller wird und der Vordergrund noch dunkler. Das mache ich am besten in Adobe Photoshop mit den Tonwertkorrekturen. Dazu gehe ich hier oben auf Bild, Korrekturen, Tonwertkorrekturen. Das ist unser zweiter Schritt. Alternativ kann ich die Tonwertkorrekturen einfach durch die Tastenkombination STRG L erreichen. Und hier schäbe ich jetzt einfach mal bei diesen Vorgaben den rechten Hebel etwas weiter in die Mitte. Und das gleiche mache ich mit dem linken. Und nun sollte sich eigentlich das Bild verändern. Und jetzt sehen wir schon, es wird hier wesentlich dunkler. Ganz wichtig ist dabei, dass der richtige Kanal, in unserem Fall der Magenta-Kanal, aktiviert ist. Jetzt bin ich hier mit dem Ergebnis schon sehr zufrieden. Und lasse und drücke auf OK. Nun erfolgt der Schritt in unser dritter Schritt darin, dass ich den Vordergrund noch perfekt schwarz mache und den Hintergrund perfekt weiß. Dazu kann ich bei groberen Flächen einfach drüber malen. Sprich, ich nehme eine schwarze Farbe und male einfach bei den groben Flächen hier drüber, über meine Person. Und bei feineren Flächen muss ich das dann mit Auswahlwerkzeugen machen, wie zum Beispiel dem Zauberstab. Wenn ich fertig bin mit meinen Auswahlen, außer dass der Vordergrund schwarz ist und der Hintergrund weiß, bin ich mit meinem Ergebnis schon zufrieden. Wir haben jetzt ja mit der Kopie gearbeitet und machen einen ganz simplen Trick für unseren letzten Schritt. Dazu gehe ich hier auf Auswahl, Farbbereich und wähle aufgenommene Farbe hier oben. Und jetzt nehme ich einfach nur diese Pipette und wähle den weißen Ton und schraube die Toleranz auf 0. Das heißt, nur die komplett weißen Töne werden aufgenommen. Nun kann ich auf mein anderes Bild und jetzt kann ich einfach hier mal wechseln und sehe, dass ich diese Auswahl nehme und einfach mal speichere. Und jetzt wechsel ich auf mein anderes Bild. Ich öffne jetzt nochmal das Ursprungsbild, das wäre bei uns die Kopie gewesen. Und das kann auch ruhig in den RGB-Farben bleiben. Und wähle Auswahl, Auswahl laden, wähle bei dem Dokument das andere Dokument und wähle Kanal DS. Und jetzt bin ich fertig und kann die Auswahl auf mein anderes Bild übertragen. Habe jetzt zum Beispiel hier meine duplizierte Ebene. Entferne jetzt einfach durch die Entferntaste meine Auswahl und schon bin ich fertig. Kleinere Korrekturen und schon bin ich fertig. Kleinere Korrekturen wie zum Beispiel hier unten am Ärmel kann ich ja noch mit dem Radiergummi durchführen oder mit speziellen Auswahlwerkzeugen wie zum Beispiel diesem Zauberstab. Also nochmal ganz einfach. Sie sehen übrigens, dass diese Auswahl sehr schön geworden ist. Schritt 1 ist, ich öffne mein Bild. Schritt 2, ich wandle es in ein CMYK-Bild um. Schritt 3, ich wähle den kontrastreichsten Kanal. Schritt 4, der Vordergrund, den mache ich komplett schwarz. Den Hintergrund mache ich komplett weiß. Die Tonwertkorrektur hilft mir dabei. Schritt 5, ich gehe auf Auswahl, wähle den Farbbereich, wähle die weiße Auswahl, Toleranz 0 und drücke auf OK. Schritt 6 ist, Auswahl, Auswahl speichern. Ich speichere die Auswahl mir in Photoshop ab und gebe ihr irgendeinen Namen, wie zum Beispiel TCH. Schritt 5 ist, ich gehe auf mein Ursprungsbild, weil ich das Bild ja kopiert habe am Anfang, drücke auf Auswahl. Auswahl laden und wähle im Kanal, wähle das andere Dokument, wähle meine Auswahl, also bei uns TCH. Wichtig ist, dass man das andere Dokument nimmt und drücke auf OK. Nun habe ich die Auswahl übertragen auf mein anderes Dokument und kann somit die Person, die ich vorhin mit den CMYK-Kanälen habe, auch im RGB-Modus sehr schön ausschneiden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und freue mich auf die nächsten Videos von und mit TCH-Support über Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Natürlich könnt ihr euch auch mal unsere anderen Videos... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.